300, richtig voll, war es am Anfang ja auch schon direkt bei Cursor. Das ist nicht so schlimm. Neuer und verachter. Stecker gezogen aus den Italien raus, bringe ich noch mal ins Publikum. Oder damit habe ich da gesungen, zwei Teile. Cursor wollte wirklich gar nicht mehr aufhören zu spielen. Ich stand auf unserer drei Tour mit Max Giesinger und direkt danach kam Vincent Weiß. Und dem sind vor allem die Taschen der ganzen Nürnbergs zu bekommen. Ich habe einen langen Weg mehr so ein lautes Kreis.